Hallo und herzlich willkommen hier auf Brandländer TV zu einem kleinen Ankündigungsvideo könnte man sagen. Und zwar haben wir hier ein Amazon-Paket, das jetzt Daniel mal ausakomiert. Und was sich dort drin befindet, darum wird es in einem folgenden Video gehen. Das wir in einigen Wochen drehen werden. Ja, die sind aber schon nicht scheiße. Kannst du mal beschreiben? Ja, die sind doch sehr scharf, glaube ich. Also wir blenden hier einfach mal ein Bild von dem Ding ein. Gibt es eine Altersbeschränkung für? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall so ein kleines Rad, das du drehen musst. Und worauf dann das Ding zeigt, das Ding musst du dann sehen. Ist das Rad drin oder? Ja, ne? Genau, ich denke hier ist das Rad. Ja, wir packen es einfach mal aus. Aber benutzen werden wir es dann halt erst in einigen Wochen. Wir werden dann halt auf den Drill machen und der Rest des Teams da ist. Ich glaube das hier sieht nicht nur aus Seiten. Und da sind die Böhnchen drin. Genau, hier sind die Boden drin. Die werden wir auch mal nicht komplett auspacken. Denn die sollen ja frisch bleiben. Ja. Da sieht schön Farben voraus. Ich finde die optisch spricht für mich schon immer sehr anfällig. Also von der Farbbehrung, die man rauskommt. Ja, aber das zeigt halt schon was es ist. Ja, natürlich. Aber ich finde es sieht schön aus. Also jetzt so von Farben. Ja, hier sind unsere Boden drin. Genau. Hier haben wir das Rad. Das blende ich hier auch mal unten ein. Das muss dann sozusagen gedreht werden. Und dann wo das jeweilige Ding drauf zeigt. Das muss dann halt gegessen werden. Ja, das kommt hier eigentlich rein. Ach so. Ich glaube das wird ganz witzig. Das glaube ich auch. Bist du auch dabei? Das kann sogar sein. Ja cool. Mal das mal wieder zusammenpacken. Ich finde es wunderbar. Ich finde die Verpackung einfach richtig geil. Das ist aber ein interessantes Spiel. Wie gesagt, ich habe das jetzt so bei allen Dingen auf YouTube gesehen. Und dachte mir einfach, wir haben hier ja auch so ein Glücksrad. Und wir können. Also sowas macht eigentlich mal Spaß. Ja. An der Stelle wünschen wir euch viel Spaß mit den. bald folgenden Video. Ja. Hau da rein. Macht's gut. Tschüss.